Wer von euch trägt mehr Sport? Wer von euch wartet häufiger auf den anderen? Und noch zwei Fragen. Wer will mehr Kinder von euch beiden? Wer will mehr Kinder haben von euch beiden? Keine Kinder? Das ist ein Applaus. Hier ist die Entscheidung gefallen. Und zum Abschluss, wer gibt uns jetzt eine runde Sekt aus? Beide, oder? Liebe Gäste, von 26 Punkten waren 19 Punkte. Wir haben nur übereingestimmt. Das bedeutet, die goldene Hochzeit ist in Sicht. Also, Dankeschön. Eben, auf den Herzen bist du bestanden. Wir sehen uns beim nächsten Mal.